Alles klar, hört mal zu. Chinas Version lautet Chemieunfall. Die haben das Gebiet vollständig evakuiert zur Untersuchung. Das ist bereits der sechste Feindkontakt in acht Monaten. Wir müssen dafür sorgen, dass nichts an die Öffentlichkeit durchsickert. Also absolutes Stillschweigen. Alpha bis Ego, sofort anklicken. Es ist nah. Es ist näher zu weiter. Jones, sieh dir das an. Alles klar, Mai. Oh nein. Also, wie sieht's aus? Zermale Schockwelle. Zermale Schockwelle. Zermale Schockwelle. Zermale Schockwelle. Zermale Schockwelle.